Bier, man raucht eine Zigarette, es ist herrlich. Ja, ich frage mich immer bei diesen Videoaufnahmen, ob er das ernst meint oder ob er das ironisch meint, weil er damit ja auch, wenn er es ernst meinen würde, ja Armut per Gesetz als etwas Erstrebenswertes verkauft, wo man ja Ressourcen in Überfluss hat, um sich die Kippen zu leisten, den Alkohol zu leisten und ja ein schönes Leben zu führen, was ja bei vielen Menschen, die in Armut leben, ja gar nicht der Fall ist. Und da hat der Arno Dübel auch ein Zerrbild Armutsbetroffener in Deutschland, ja der Öffentlichkeit präsentiert. Und dann sieht man eine Person im Fernsehen, die einfach Blödsinn labert und ja und die Öffentlichkeit nimmt das für bare Münze, was er da so labert, weil das halt sehr gut passt dazu, dass man halt ja Vorurteile gegenüber Menschen hat, die nicht viel Geld haben und das befeuert er dann ja auch, indem er diese ganzen schönen Aussagen, eher unschönen Aussagen tätigt. Und da frage ich mich immer wieder, ja, da frage ich mich immer wieder, wie so eine Person so viel Aufmerksamkeit bekommen kann dann, also weil sie einfach negative Propaganda gegen Armutsbetroffene macht und damit auch natürlich dazu beiträgt, dass die Armut nicht abgeschafft wird. Weil dann ja immer wieder Leute gibt, die dann sagen, ja der Arno Dübel führt ja ein schönes Leben, er kann sich ja sogar kippen leisten, also kann es ja gar nicht so schlimm sein. Und ja, das ist halt das ganze Problem an der Geschichte. Ja, also jedenfalls hat man so den Eindruck, dass er da sehr viel Spaß hat, irgendwie das Ganze so ins Lächerliche zu ziehen, statt einfach mal zu erzählen, wie Hartz IV tatsächlich ist. Kein Armutsbetroffener würde oder wird so oft präsentiert, um seine Sichtweise darzustellen, dass es nicht so schön ist. Das will die Öffentlichkeit natürlich nicht hören und dann nimmt sie lieber den Arno Dübel, der ihre Vorurteile bestätigt.